Was haben wir hier? Steve mit seinem Kleinen? Da gibt es irgendwie Züge zu verkaufen, auch ein Chuchuchalz-Train. Und die wollen den Zug kaufen, aber da kommt irgendwie so ein Zombie an. Und er sagt, jo man, ich will zwei Züge kaufen. Okay. Und der gibt ihnen halt einen dicken Diamanten, ne? Und Chuchuchalz will keiner. Aber Steve kommt und sieht, dass er keine Züge mehr kaufen kann, außer Chuchuchalz. Der ist noch im Sale. Nimm den, Mann. Nimm den. Okay. Er hat nur zwei... Ja, er hat zwei Silber gehabt. Jetzt werden die beiden von irgendwelchen Rowdies überfallen. Und man sieht, wie er ihn verprügelt. Chuchuchuchalz, Digga, helft denen. Oh nein. Papa Steve sagt, hey, das könnt ihr nicht machen. Und jetzt kommen die. Und Chuchuchuchalz hat sich verwandelt und sorgt dafür, dass die sich mal ganz schnell verziehen.